Hi, mein Name ist Katrin Düke, ich bin ganzheitliche Arthrose-Expertin und ich möchte dir heute mein neues Buch vorstellen. Schmerzfrei bei Arthrose. In dem Buch erkläre ich dir, wie du mit einem ganzheitlichen Konzept aus Ernährung, Bewegung, Gewichtsmanagement und den richtigen Nährstoffen deine Arthrose-Schmerzen nachhaltig überwinden kannst. Dazu findest du im Buch 50, knapp 50, super leckere Rezepte, die dir einfach den Einstieg in deine gelenkfreundliche Ernährung leichter machen sollen. Die Rezepte sind alle super schnell zubereitet, alle entzündungshemmend und wirklich schnell in den Alltag zu integrieren. Tja, vielleicht fragst du dich, was mich jetzt zur Arthrose-Expertin macht. Dazu möchte ich dir ganz kurz meine eigene Geschichte erzählen. Ich habe mit Anfang 30, total unerwartet, die Diagnose Arthrose in den Fingergelenken bekommen. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen und nachdem mir mein Orthopäde und mein Rheumatologe beide gesagt haben, schulterzuckend, da kann man nichts machen. Es tut uns leid, dass sie so jung sind und schon Arthrose haben, aber das ist verschleißt, da müssen sie lernen, mitzuleben. An dem Punkt habe ich mir einfach gedacht, nein, das kann nicht sein. Ich kann nicht damit leben und den Rest meines Lebens Schmerzmittel nehmen. Das kann nicht der Weg sein. Ich habe dann angefangen, mich sehr intensiv mit dem Thema Arthrose zu beschäftigen, mit den Ursachen, habe wahnsinnig viel dazu gelesen, gelernt, habe mich auf dem Weg unter anderem zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin ausbilden lassen, um einfach die Zusammenhänge von unserem Lebensstil, von unserer Ernährung auf unsere Gelenkgesundheit noch besser zu verstehen. Und dabei hatte ich total viele Aha-Erlebnisse, habe wirklich so viel gelernt und habe dieses Wissen nach und nach immer mehr in meinen Alltag integriert, habe meinen Lebensstil wirklich komplett geändert, meine Ernährung, habe angefangen, mich zu bewegen und das Resultat ist tatsächlich, dass ich heute völlig schmerzfrei bin und von meiner Arthrose nichts mehr spüre. Ich habe damals beschlossen, dieses Wissen möchte ich unbedingt weitergeben und so viele Menschen wie möglich daran teilhaben lassen, denn mir ist es so wichtig zu sagen, Arthrose ist definitiv kein Schicksal. Es ist nichts, in das wir uns fügen müssen. Arthrose, sagt man heute auch ganz oft, ist primär eine Lebensstilerkrankung und das ist eine wunderbare Nachricht für eine Erkrankung, denn unseren Lebensstil und unsere Ernährung können wir ändern. Da haben wir so viele Möglichkeiten an der Hand und können wirklich aktiv werden, um unsere Schmerzen zu reduzieren oder sogar komplett schmerzfrei zu werden. Tja, und das Resultat ist einfach mein Herzensprojekt, dieses Buch und ich hoffe einfach ganz doll, dass dir das Buch gefällt und dass es dir genauso hilft wie mir, deine Arthrose Schmerzen loszuwerden und deine Arthrose zu überwinden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen und du findest mich auch auf Instagram, wenn du magst, unter einfach unterstrich smart unterstrich essen, einfach smart essen. Dort findest du noch weitere Informationen von mir zum Thema Arthrose.